Ja, wir sind fast am Ende unserer Reise angelangt, Battle of the Bulge kommt jetzt und ich glaube, es ist eine Fliegermission. Piersen machte Farm Boy hier ein Corporal. Ich wundere, was du denkst? Probierlich, dass du das gleiche Sack ist, Aiello. Das ist nicht der Zeit. Es ist der Tag. Es ist der Tag. Es ist der Tag. Ich bin ein Glück, der Mann. Du bist immer erst, was ich? Keep eyeballing mich. Ja, ich habe deine Jollys heute Abend, weil morgen, wenn der Cowboy kommt, du bist auf der Frontlinie, zu retten. Und Turner wird nicht da sein. Easy! Easy. Du bist ein Corporal jetzt, oder? Ja, ich sehe, wie einfach es ist. Geh. Gib mir eine Begründung. Ja, das ist das alles. In sechs Jahren, ich bin mit dem. In sechs Jahren. In sechs Jahren. Ich bin mit der Luftwächt. Und das ist das, was wir, uns zu machen. Es geht zu uns, dass es hinweistt. Es geht zu den Rhein. Jetzt, alles wir müssen zu machen, ist es zu erleben. Und Piersen. und Nice boots college. They look new. Yeah porch them all some replacement Poor kid throws at that Pearson wasn't such stinking with requisitions. I wouldn't have to steal. It's okay. They weren't doing the replacement. Where's that farm kid? I used to know You see him give me a holler Hell of a Christmas Eve. Oh, yeah Ja, warum würde ich gerne mit einem schönen Feuer mit Miguel schrauben? Vielleicht wäre es der Grund, dass ich mit euch schrauben schrauben. Oh, shit. Incoming? Aello, zurück in die Energie. Ja, Sergeant. Sergeant. Any extra coats? Blankets? You look just fine to me. East Dugout got hit all night. Grab an ammo box. You get a recent plan. I take that ammo. Aello is going to run dry. Well, I guess you better make every goddamn shot count. Okay. Also, dann sollen wir mal die Munitionskiste liefern. Anscheinend doch noch nicht das Fliegerlevel. Wahrscheinlich danach. Ja, Winter kann sehr kalt sein. Beziehungsweise der Winter. Ich wollte eigentlich Winter in Mehrzahl sagen, aber naja. So. Daniels. What are you doing in this neck of the woods? Got some ammo, fellas. Looky here. It's a regular old St. Nick. Throw it under our tree. Ah, okay. 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 Na. Komm schon. Ab und an Weihnachtsbaum. Sehr schön. Bam. Geil. Okay. Ah, ich liebe es, Headys zu geben, ey. Na. Einer war doch noch, oder? Doch nicht. Doch nicht? Doch. Oh. Da hat er Glück gehabt. Da hat er echt Glück gehabt. Oh Gott. Ich hänge hier aber auch irgendwie an so einer blöden Stelle gerade. Ah. Okay. Wieder zurücklaufen. Aber das Sniper gefällt mir. Oh. Und ein normales Gewehr noch. Okay. Oh. 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 This is Howard. Wiesigant with your acquaintance. Sorry I didn't expect. to work alongside to define engineer. Howard was part of the company that took the ruge. They can't believe they let him fight. Oh yeah, even let us die. Now, when this convoy rolls through Crouts are gonna to unleash hell. Thought we had the reserves coming. We are the reserves. Imagine, we should call an air support. Oh yeah, they even let us die. Also wieder zurück. Oh, Konvoi beschützen. Und das Gegner? Nein. Oh, scheiß Artillerie immer. Ach Gott, ich dachte es wäre jetzt noch eine Frequenz. Okay. Okay. Dann mal rein ins Vergnügen. Ja, querfeldeinlaufen ist immer gut, vor allen Dingen über ein offenes Feld. Jetzt war ich gerade was am Trinken, ich dachte die Videofrequenz geht einen Tick länger. Oh, das ist aber... Ach Gott, ich ärgere mich immer über mich hier, jedes Mal. Schmeiße ich mir die Granate direkt selber vor die Füße. Jetzt muss ich natürlich mal hier einfach mal ins Leere ballern. Oh, jetzt sehe ich nichts hier, was eine Scheiße. Gegner. Loll. Erstmal fünfmal daneben geschossen und dann ein Headdy. Auch nicht schlecht. Alles klar. Ach, doch die Fliegermission. Okay. Dann mal los. Ach du Scheiße. Boah, mit Rechen... Hä? Warte mal kurz. Oh ne, hier. Ne, warte mal ganz kurz. Das ist Scheiße. Ich muss das nämlich... Ähm... Ähm... Ich glaube das ist es. Was? Leute. Wollt ihr mich verarschen, ey? So. Okay. Ja. Alles klar. Ich weiß nicht. Ich kann es irgendwie nur umgekehrt besser. Alles klar. Ein bisschen Speed geben. Letztes, dass ich jetzt hier noch... Okay. Okay. Ah, ja. Ui, 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 ui. Oh, das ist überhaupt nichts. Alles klar, den haben wir. Ach der... Der visiert selber an. Hä? Warte mal. Ach du Scheiße, ey. Loll. Okay, den müssten wir auch haben. Perfekt. Habe ich hier keine Missiles irgendwie? Mal so schöne irgendwie... Wärmelenkraketen oder so. Boah. Also die Steuerung... Ich stelle es jetzt nicht um, aber die Steuerung ist für mich auf jeden Fall ein bisschen zu sensibel. War mir überhaupt nicht klar. Okay. Wow. Ach du Scheiße. Okay. Aber Battlefield wäre ich jetzt direkt down gewesen. So, einer noch. Ja. Na komm. Wow. Na, jetzt werden wir von unten mit Flak befeuert. rasch. Hiermit,riede,riede,riede. 선sagenätäeuder,riede,riede. Das ist da. Ja, das sind Sie immer. euernes greenmTerate, civilkarate. Oh, jetzt ist das Ding wieder heiß geworden hier. Ja. Völlig daneben geballert mal wieder. So, der ist schon mal weg. Komm, schneller abkühlen. Der ist auch schon mal weg. Auch schon mal weg. Alles klar. Dahinter noch einer. Okay. Ich fliege hier einfach kreuz und quer, ey. Normalerweise würde ich so extrem wahrscheinlich gegen ein Flugzeug fliegen. Wahrscheinlich auch noch gegen ein Verbündetes. Ach, jo, ey. Meine Güte. We're going down. Repeat, we are going down. A heavy one went down. Ah, komm, schon. So, zwei noch. I see him. I'm on your way. Fuck. Mach ich doch einmal nicht zu schnell. Ach, komm schon. Immer diese Überhitzung, ey. So. Den haben wir. Oh. Oh, scheiße. Das war jetzt sehr blöd. We're going down. 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 Ich sollte vielleicht auch in die Richtung fliegen wie die anderen. Alles klar. Die Luftunterstützung hat geklappt. Auch schon wieder Gegner oder was? Nee. Oh, ich. Man sieht es immer so schlecht. MG. Oh. Das ist natürlich schlecht. Panzer ist immer schlecht. Oh, oh. Komm. Geh doch mal weg. Meine Fresse, ey. Scheiße. Keine Rauchgranaten. Ich weiß auch nicht. Ich finde Rauchgranaten irgendwie geil. Wie? Die waren doch noch nicht alle tot, ey. Warum soll ich denn hier schon wieder weg? Oh, ja. Okay. Ach du Scheiße. Was hat mich denn jetzt hier getroffen, ey? Sniper oder was? Dann snipen wir doch mal zurück. Okay. So schon mal gar nicht. Okay. 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 Der war nice. Komm schon. Du, du. Dich kriegen wir noch. Alles klar. Müssten alle gewesen sein. Bam. Noch mal ein schöner Headdy. Das wäre gerade der oder nicht schön. Warte mal an. Ja, der kommt mir aber auch verdächtig nah. So, Jungs. Macht ihr den Rest oder was? Puh. Sehr schön. Und du auch noch? Jupp. Okay, halten wir. Hier, Fernglas-Fuzzi. Gib mir mal ein wenig bessere Sicht, bitte. Scheiße, was kommt denn da hinten? Okay. Das ist die Frage. Mit was soll ich jetzt ballern? Habe ich hier irgendwie irgendeine? Das schreit doch förmlich nach ein paar Granaten. Okay, mehr habe ich nicht. Ja, ey, wie die Deutschen immer hier auf einen Zustür, ey, mit 20, 30 Mann oder noch mehr. Also das ist auch geil, ey. Oh, ich bin hier komplett leer. Hier nochmal. Hier. Du bist du. Genau. Granate. Das gibt eine Runde Artillerie. Oh, der war schön. Ich bräuchte aber mal Munition. Scheiße, ey. Das hat mich dann jetzt hier wieder getroffen. Oh, der hat aber zum Plan eigentlich anscheinend. Komm. Du musst mal irgendwo wissen, wohin. Alles klar, sehr gut. Destroy. Ja, super. Mit was? Ah. Erst. Hoffentlich, ey. Da habe ich den jetzt auch ein wenig gut. Ja, perfekt. Der ist schon mal weg. Wo war der andere noch? Da hinten. Oh, 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 oh. Schnell wieder hinter die Linie. Sehr nice. So, einer noch. Wo ist der andere Panzer? Da hinten. Alles klar. Noch mal eine Runde nachladen. Perfekt. Sehr schön. Ach ja, jetzt verpisst du euch wieder, oder was? Was? Hier und hier sind. Wo ist er dann? Da hinten. Ach, Mann. Gerade jetzt wollte ich nochmal... Da haben wir nochmal schön die Leute markiert. Dann mal hinterher. Du schaffst es. Mit Granini, Fruchta, pur. Ja, komm schon. Sehr gut. Danke sehr. Ach, nö. Mit der Pistole, ey. Ah, jetzt haben wir wieder One-Shot. Alles klar. Ähm, ja. Gegen Panzer ist natürlich schlecht. Aber da kommen unsere Jungs. Sauber. Ah! Ach, nachdem die Ears ist da übrigens. Ich kann jetzt nicht, meine Hand. Ich kann es dir nicht sein. Oh, mein Gott. Ich bin veriemlich, Corporal. Ich bin der Lugende Pistin mit meiner Augen-Gradden-Mine. Das ist um mein Geld. Du kannst mir ein Geld für. Nein, ich war nicht so gut. Wir sind alle glücklich, dass wir hier sind. Für uns. Daniels, die Kräutsche zu kommen. Ja, Herr. Ich bin schnell über das. Hey, ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Ich habe eine Vorbereitung. Wir sind fast. Ja, das war das vor- oder vorvorletzte Level. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube... Oh, da geht es alles noch weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Wie gesagt, Standardspruch ist hoffentlich seit wie beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ja, vielen Dank. Macht's gut.